Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu den aktuellen Transfer-News aus der 1. und 2. Bundesliga. Auch heute gibt es auf dem Transferwerk wieder einige Themen zu besprechen. Wir gucken unter anderem auf den FC Bayern München. Dort gibt es eine lange Verkaufsliste. Und bei Matthias De Ligt könnte es nun zu Problemen kommen bezüglich seines Wechsels zu Man United. Beim BVB kommt auf jeden Fall langsame Bewegung rein in die Personalie Niklas Füllkrug. Milan ist tatsächlich konkret interessiert und auch beim VfL Bochum sucht man weiterhin nach einer neuen Nummer 1. Wir gucken aber auch in die 2. Bundesliga zu Hannover. Da gibt es Neuigkeiten zu Phil Neumann. Und natürlich gibt es auch noch weitere Themen zu besprechen, unter anderem zu Leverkusen, Augsburg, Hoffenheim. Auch Gladbach ist hier nochmal mit im Programm. Also wir gehen rein in die aktuellen Transfer-News der 1. und 2. Bundesliga. Wenn ihr Bock habt, dann schaut doch gerne mal parallel beim 2. Liga-Check vorbei. Ab jetzt geht es wieder hier auf Kick auf die große Saison-Vorschau auf die 2. Liga. Auch dort können wir jetzt täglich folgen. Aber jetzt erstmal rein in die aktuellen Transfer-News. Legen wir direkt mal los mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum. Denn dort könnte die Personalie Moritz Niklas nochmal zu einem sehr interessanten Thema werden. Denn es ist ja so, dass bei Gladbach die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren laufen. Die Mannschaft soll sich einspielen und im Tor gibt es ja einen Konkurrenzkampf zwischen Jonas Omlin und Moritz Niklas. Klar, Omlin ist der Kapitän der Mannschaft und natürlich auch bedingt durch seine internationale Erfahrung nominell eher die Nummer 1. Zumindest auch mal laut Gerardo Cejuane. Bedingt durch die starken Leistungen von Moritz Niklas ist er auch deswegen darüber verärgert, dass es eben doch keinen offenen Konkurrenzkampf gibt. Und genau das soll im Klub und im Umfeld dann wiederum für Überraschungen gesorgt haben. Und Moritz Niklas kann sich deswegen auch einen Abgang von Gladbach vorstellen. Denn er möchte gerne spielen. Er hat gezeigt, was er kann. Und für Cejuane als Trainer ist natürlich die Lage nicht ganz so einfach, in Gladbach jetzt diese Entscheidung auch zu fällen. Und natürlich wissen auch deswegen andere Vereine, okay, vielleicht können wir hier tatsächlich was machen. Denn es gibt ja auch Anfragen aus der Bundesliga. In der Vergangenheit wurde ja bereits der VfB Stuttgart mit Niklas in Verbindung gebracht. Und nun zeigt auch wieder der VfL Bochum Interesse. Denn der Revierklub ist ja auf der Suche nach einem neuen Nummer 1. Manuel Riemann ist aussortiert. Esser und natürlich auch Luther haben wiederum aufgehört. Und der vom KSC zurückgeholte Patrick Drewes gilt wohl nur als Nummer 2. Und deswegen hat man laut der Bild-Zeitung wieder das Interesse rausgehauen an Moritz Niklas. Und der wiederum hat er seinen Vertrag in Gladbach erst im März bis 2029 verlängert. Und deswegen soll die Bochumer hier auch eher an ein Leihgeschäft denken. Gladbach wiederum hat Niklas vorerst ein Wechselverbot erteilt. Denn man will mit beiden Keepern in die Saison gehen. Man sieht sich damit logischerweise auf der Position sehr gut aufgestellt. Und deswegen würde also Niklas nur eine neue Saisonspielpraxis bekommen. Wenn der Ceoane doch mal seine Meinung ändert. Oder natürlich auch dann Omlin ähnlich wie in der vergangenen Spielzeit erst recht wieder verletzungsbedingt ausfällt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was hier für Entscheidungen fallen werden. Denn Gladbach ist sich eben auch sicher. Okay, Omlin ist wohl möglich nicht eine komplette Saison verletzungsfrei. Deswegen brauchen wir eine starke Nummer 2. Und genau die soll eben dann Moritz Niklas sein. Schauen wir mal zu Mainz 05 und einem sehr schwierigen Thema rund um Neuzugang Kaishu Sano. Ich hoffe, ich habe ihn halbwegs richtig ausgesprochen. Ein Mittelfeldspieler, den ich als Spielertypen schon länger auf meiner Liste hatte für verschiedene Bundesligisten. Den sich ja eben jetzt Mainz ja nach Europa geholt hat. Aber hier gibt es jetzt Meldungen aus Japan. Besser gesagt von der japanischen Tageszeitung Mainichi. Und dort wird berichtet, dass der Neuzugang Kaishu Sano verhaftet wurde. Dem 23. Nationalspieler wird nämlich vorgeworfen, mit zwei Unbekannten an einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in einem Hotel in Tokio beteiligt gewesen zu sein. Und das war natürlich jetzt für große Diskussion und möglicherweise auch für Ärger. Und Mainz 05 wiederum hat deswegen gestern mal ein kurzes Kappelstatement, der darauf reagiert und sich überrascht gezeigt, dass das eben jetzt so gemeldet wurde. Am späten Abend ist Mainz 05 von Meldungen aus japanischen Medien zu Neuzugang Kaishu Sano überrascht worden, wonach dieser in seiner Heimat inhaftiert worden sei. Wir können diese Berichte aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren. Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche und umfanglängliche Aufklärung der Angelegenheit. Klar, für Mainz selber ist natürlich die Situation auch eine sehr schwierige, jetzt ohne genaue Details sich nur auf die japanischen Medien verlassen zu müssen. Und deswegen vollkommen richtig, finde ich, wie sich Mainz dazu auch äußert. Eine schnelle Aufklärung ist natürlich immer das Ziel, aber es ist eben auch so, dass man jetzt bei den 05 Jahren erst mal Probleme damit hat, die ganze Geschichte vernünftig jetzt auch zu lösen. Oder besser gesagt, erst mal vernünftige Antworten zu bekommen, was da eigentlich alles so passiert ist. Das kann auf jeden Fall ein Thema werden in diesem Transferfenster, was sich ja noch ein bisschen hinziehen wird. Genau das Gleiche gilt zumindest mal in Sachen Thema hinziehen. Jetzt nicht falsch verstehen, sondern in Sachen Thema hinziehen, dass es vielleicht über die nächsten Wochen noch ein Thema sein wird, auch für Niklas Füllkrug. Denn dort wird natürlich jetzt auch erst recht durch die Unterschrift von Cero Girassi nochmal neue Geschichten und neue Indizien möglicherweise mit reinfließen. Denn Cero Girassi soll er wohl möglich noch am morgigen Freitag seinen Vertrag in Dortmund unterschreiben. Und deswegen wird Niklas Füllkrug zur klaren Nummer 2 im Sturmzentrum. Das sollte jedem klar sein, das ist ihm auch selber durchaus bewusst. Er möchte sich aber auch der Konkurrenzinstitution stellen, aber kann sich trotzdem auch, wenn es denn passt, einen Abgang vorstellen. Und es gab ja schon vor ein paar Tagen mal lose Gerüchte aus Italien, dass der AC Milan Interesse hat an Füllkrug. Und dieses Interesse ist laut Sky tatsächlich auch konkret. Milan hat sich nun mal über alle Details informiert. Es gibt noch keine Verhandlungen und noch keine konkreten Gespräche. Aber Milan ist eben auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Alvaro Morata soll er eben jetzt auch ja dort der Stürmer werden. Man ist aber eben dann noch auf der Suche nach einem zweiten Topmann für vorne drin. Tammy Abraham ist dort ein konkretes Ziel, aber eben auch Niklas Füllkrug. Interessant ist, dass Füllkrug und Abraham auch bei der gleichen Agentur ja unter Vertrags- und Beraten werden. Und dann gibt es eben auch bezüglich Füllkrug nochmal weitere Informationen aus Italien. Denn wie die Gazeta dello Sport berichtet, liegt eine Einigung zwischen den Vereinen gar nicht mal mehr so weit weg. Also zwischen Milan und Füllkrug könnte es wohl tatsächlich sehr schnell gehen. Mit einer Einigung in den Verhandlungen mit Milan könnte es zumindest jetzt zu Fortschritten kommen. Denn der BVB hat ein klares Preisschild für Füllkrug. Man verlangt wohl um die 20 Millionen Euro, nachdem man ja im letzten Jahr selber eben dann gute 18 Millionen Euro an Werder Bremen überwiesen hat. Milan wiederum hofft, dass man für einen ähnlichen Beitrag wie bei Morata zuschlagen kann. Sprich um die 13 Millionen Euro. Ich denke mal eine Einigung irgendwo in Richtung 17, 18 Millionen. Ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, dass das eben auch passieren kann. Aber es ist eben auch klar, dass die Frage erstmal ist, möchte Dortmund ihn tatsächlich abgeben? Denn man ist natürlich darauf vorbereitet, dass man jetzt nicht mit vier Stürmern in die Saison geht. Also nicht mit Girassi, Füllkrug, Mokoko und Aller. Das ist deutlich zu viel. Mindestens einer wird sicherlich von denen gehen. Aber man will natürlich auch gerne sehr, sehr gut aufgestellt sein. Und deswegen plant man eben auch mit Girassi und Füllkrug. Aber wenn es eben auch dann das gute Angebot gibt, plus eben auch erst rechte Füllkrug, das vielleicht ganz gerne machen möchte, dann kann es auf jeden Fall sein, dass es ja tatsächlich zu einem Deal kommen wird. Vor einem Abschluss des Deals steht auch der ehemalige Dortmunder Kapitän Marco Reus. Denn LA Galaxy steht kurz in der Verpflichtung von Reus, dass er zuerst Fabrizio Romano berichtet. Eine Einigung zwischen den Parteien ist mittlerweile in greifbarer Nähe. Seit etwas mehr als zwei Wochen ist ja Marco Reus nun auch vereinslos und mit mir natürlich auch keine Ablöse fällig. Und Reus-Büderum hat ja immer wieder auch betont, wenn er denn gehen sollte, dann ist auf jeden Fall die MLS, sprich Amerika, nochmal ein sehr interessantes Thema für ihn. Ein Vertrag wurde ihm auch angeboten bis Dezember 2025. In Amerika laufen die Verträge von Anfang bis Ende eines Jahres, plus eben dann die Option auf eine weitere Saison. Es gibt noch letzte Details zu klären, laut Fabrizio Romano, bis der Deal dann in trockenen Tüchern ist. Aber es ist eigentlich alles schon dafür angerichtet, dass eben dann der ehemalige Nationalspieler nach Nordamerika wechseln wird. Und somit wird es eben auch dann für Marco Reus die erste Station im Ausland sein. Bislang hat er ja lediglich für Gladbach und Dortmund gespielt, was natürlich schon wirklich was sehr Besonderes, sehr Spezielles ist. Mittlerweile im Fußball-Business und nun lässt er eben dann seine Karriere voraussichtlich bei LA Galaxy ausklingen. Und von Sky gab es dann auch nochmal die weitere Meldung und das Update dazu, dass tatsächlich die Geschichte konkreter wird. Es ist auch nicht ganz so weit, dass der Transfer kurz am Abschluss steht, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Denn Galaxy muss eben auch noch im Kader Platz schaffen. Denn in Amerika darf man ja nur eine bestimmte Anzahl an ausländischen Spielern im Kader haben. Es ist nun so, dass ein anderer Spieler mit Gaston Brookmann eben laut MLS-Statuen nicht mehr als Ausländer gilt, sondern durch eine Green Card dort Platz freigemacht hat. Und deswegen kann man eben auch jetzt erst recht Marco Reus verpflichten. Es gab ausreichere Gespräche mit seinem Berater Dirk Hebel und auch seine Familie kann sich auf jeden Fall gut vorstellen, nach Los Angeles zu wechseln. Also Marco Reus und LA Galaxy, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Blicken wir damit aber auch mal in die zweite Bundesliga, wo wir auch in den vergangenen Tagen schon sehr viel über Hannover 96 gesprochen haben und es jetzt auch nochmal weitere Details gibt. Denn rund um Phil Neumann gab es ja bereits das Gerücht um US-Legge und Italien. Und nun zeigt auch Birmingham City aus England konkretes Interesse am Innenverteidiger. Denn nach Sky-Informationen hat der englische Drittligist bei Hannover ein Angebot abgegeben. Die Offerte in Höhe von 4 Millionen Euro plus weitere Bonushalungen soll aber direkt abgelehnt worden sein. Neumann hat zwar in Hannover nur noch ein weiteres Jahr Vertrag. Das heißt, man könnte jetzt nochmal wirklich gutes Geld einnehmen, bevor man ihn vielleicht demnächst in der Ablöse frei verliert. Vertragsverlängerung ist auch noch möglich, aber ist eben dann erstmal noch ein gewisses Fragezeichen. Und trotzdem ist man eben nicht bereit, Neumann abzugeben. Der wiederum kann sich einen Abgang wohl prinzipiell vorstellen. Es soll wohl auch laut Sky schon eine mündliche Einigung mit Birmingham geben. Und trotzdem ist es eben so, dass Hannover Phil Neumann auf gar keinen Fall abgeben will. Denn der Abgang von Bright the Ryan Bee zu Braga ist mittlerweile offiziell. Hannover bekommt etwas mehr als 6 Millionen Euro plus nochmal eine 10% Weiterverkaufsbeteiligung. Und deswegen möchte man eben nicht noch einen zweiten Stammspieler in der Innenverteidigung verlieren. Ein Neuzugang ist dann auch schon mittlerweile offiziell geworden. Und das ist Yannick Rochelt. Das hatte ja Sky exklusiv zu Wochenbeginn gemeldet. Jetzt ist die ganze Geschichte klar. Er bekommt einen Vertrag bis 2027 mit der Absurdung auf eine weitere Saison. Und somit hat Hannover also jetzt seinen Kreativspieler, seinen Untertitelspieler für die Offensive bekommen. Für die Offensive sucht auch Bayer Leverkusen als deutscher Meister nochmal nach Verstärkungen. Und dort sieht es wohl bei Martin Therrier sehr, sehr gut aus. Denn laut der El Kieb ist sich der Bundesligist mit Stad Rennes mittlerweile über einen Transfer des 27-jährigen Offensivspielers einig geworden. Laut Fabrizio Romano beträgt hier die ablöse Summe satte 22 Millionen Euro. Es gab dann auch Gerüchte, dass Leverkusen auf der Suche eben danach einer Möglichkeit, diesen Deal abzuschließen, auch bereiter zu wäre, Adam Loschek in den Deal mit einzubinden. Das ist aber wohl kein Thema. Therrier ist im Angriff ein sehr flexibel, einnisbarer Spieler, kann offensiv eigentlich alle spielen, fühlt sich auf der Außenbahn am wohlsten und wäre eben dann nach General Belosian und Alex Garcia der dritte Neuzugang bei Leverkusen. Vielleicht wird aber auch noch ein vierter hinzukommen, ebenfalls für die Offensive und das ist Maxi Bayer. Denn dort ist er weiter ungewiss, wo denn tatsächlich seine Zukunft liegt. Denn wie der Kicker berichtet, spricht mittlerweile tatsächlich sogar vieles für einen Vereinswechsel des 21-jährigen Angreifers, obwohl er mittlerweile eben keine Ausstiegsklausel mehr hat. Denn diese betrug ja 30 Millionen Euro, hätte auf jeden Fall die Verhandlungen logischerweise erleichtert für interessierte Vereine, aber ist mittlerweile ausgelaufen. Trotzdem gibt es weiterhin Gerüchte um mögliche Klubs, die interessiert sind. Bayer Leverkusen ist weiterhin konkret dran, ähnlich wie die Premier League Klubs Chelsea, Liverpool und Aston Villa. Bayer wiederum ist noch mit einem Dreijahresvertrag an Hoffenheim gebunden und wird somit natürlich auch dann im Fall der Fälle teuer werden. Und genau dort hat eben auch der Sportdirektor Alexander Rosen klar gemacht, dass natürlich im Moment kommen könnte, wo eben dann das finanzielle Angebot so gut ist, dass man sich damit beschäftigen muss und man eben auch dann sozusagen stolz sein kann, dass man eben hier an der Entwicklung mitgearbeitet hat. Das heißt, auch Hoffenheim ist nicht abgeneigt, Bayer abzugeben, wenn es eben dann ein sehr, sehr gutes Angebot gibt. Denn mit dem Geld könnte man dann vor allem auch seine löchrige Defensive ausbessern. Und dort gibt es jetzt das Gerücht um Felix Udukay, denn laut dem Kicker hat eben die TSG seine Fühle nun ausgestattet im Innenverteidiger vom FC Augsburg, der dort nur noch ein Jahr unter Vertrag steht. Also auch hier ist auf jeden Fall ordentlich Verbindung im Markt. Therrier wird zu Leverkusen sehr wahrscheinlich kommen. Bayer könnte folgen. Und dann wiederum wird Hoffenheim erst recht nochmal in der Defensive mit dem Geld nachlegen wollen. In der Defensive will auch Man United nochmal nachlegen und dort gibt es jetzt nochmal ein sehr, sehr wichtiges Update zu Matthijs Delicht. Denn Man United steht aktuell kurz an einem Transfer von Lenny Jorot vom OSC Lille. Das ist ein wirkliches Top-Tanent in der Innenverteidigung aus Frankreich, 18 Jahre alt, der wohl bereits auf dem Weg sein soll zum Medizin-Check. Und Jorot hat sich damit sogar gegen Real Madrid entschieden, die ihr Angebot in den vergangenen Tagen noch nicht mehr erhöht hatten und dafür für Manchester United. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, wie geht es eigentlich weiter mit Matthijs Delicht? Denn nach Sky-Informationen ist United auch weiterhin nicht dazu bereit, die von Bayern geforderte Ablöse von ca. 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu bezahlen. Und deswegen gibt es auch weiterhin keine finale Verhandlungen der Vereine. Delicht würde ja sehr, sehr gerne nach England wechseln zu seinem Trainer Eric Ten Hag. Und deswegen ist auch United natürlich interessiert an Delicht. Aber die ganze Geschichte ist noch lange nicht so konkret wie eben bei Lenny Jorot. Und dadurch fragen sich natürlich jetzt auch viele, wenn ihn United dort schon sehr viel Geld für den Innenverteidiger ausgibt, ist dann Delicht überhaupt noch ein Thema? Und dort muss man wirklich mal abwarten. Klar ist, die Engländer wollen zwei Innenverteidiger an Bord holen. Und die Frage ist aber eben auch dann, wollen sie sich für das finanzielle Gesamtpaket auch die beiden tatsächlich leisten? Und da Delicht immer noch nicht gewechselt ist, gibt es auch bei Bayern noch weiterhin keine Verhandlungen mit Bayer Leverkusen bezüglich Jonathan Thar. Also hier geht es auf jeden Fall nicht voran. United könnte sich ein neues Top-Inverteidiger-Duo aufbauen mit Lenny Jorot und Matthijs Delicht. Sie könnten aber auch auf den Lichttransfer verzichten. Und dann würde das wiederum natürlich auch die Transferpläne von Bayern nochmal komplett verzögern für diesen Sommer. Denn die Bayern haben ja bereits auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen mit Hiroki Ito, Joao Palinia und Michael Odissee. Aber es sollen eben auch noch weitere neue Spieler kommen. Das Problem ist, dass man eben dafür erstmal Transfereinnahmen generieren will, auch wenn man finanziell gesehen wirklich gut dasteht. Im vergangenen Sommer gab es ein Transferplus. Jetzt hat man zwar gut 130 Millionen Euro investiert, aber ist immer noch wirklich in der Basis da, dass man sagt, okay, wir können auch noch, wenn wir wollen, weitere Spieler holen. Und trotzdem will man eben laut dem Kicker jetzt auch erstmal 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen. Und dadurch gibt es natürlich jetzt auch eine klare Verkaufsliste. Vorzugsweise sollen nämlich Großverdiener abgegeben werden, wie eben dann Matthijs Delicht, wie auch dann vielleicht Leon Goretzka. Aber es gibt eben auch noch Fragezeichen bei Spielern wie Joshua Kimmich und Alphonso Davies, die man ja grundsätzlich ähnlich auch wie Nussair Masraoui behalten würde. Bei Leroy Sané ist man auch nicht komplett abgeneigt, wenn es ein Top-Angebot geben würde. Anders ist die Lage nochmal bei Serge Gnabry und Kingsley Coman. Bei Gnabry gilt eigentlich jetzt gleich, aber er möchte ganz gerne bei den Bayern bleiben. Bei Coman wiederum sind ja alle Beteiligten sich eigentlich sicher, okay, es kann hier auch wirklich zu einem tatsächlichen Abgang kommen. Es gibt auch hier laut der Bild-Zeitung ein sehr ordentliches Angebot aus Saudi-Arabien von Al-Iti Had. Die haben wohl 50 bis 60 Millionen Euro geboten für den FC Bayern München, besser gesagt für Kingsley Coman. Und das ist natürlich aus Bayerns Sicht ein wirkliches Top-Angebot. Problem ist, und das war auch durchaus zu erwarten, Coman möchte nicht in Saudi-Arabien wechseln. Wenn überhaupt, dann kann er sich sehr, sehr gut auch eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub Paris Saint-Germain vorstellen, wo schon erste Kontakte aufgenommen worden seien. Aber vielmehr ist eben auch hier bei Coman aktuell nicht mit dabei. Also die Bayern haben eben dann Spiel auf der Liste stehen, die man verkaufen würde, wie eben Delecht, Kimmich, Davies, Masraoui, Goretzka, Gnabry, Coman, Sané. Nee, aber konkret ist dort eben gar nichts und deswegen hat man eben auch erstmal keine weiteren Pläne in Sachen Neuzugänge. Klar, Jonathan Tarr soll kommen, Xavi Simmonds soll kommen, Desiree Doué soll kommen und auch bei Dani Olmo gibt es jetzt nochmal ein weiteres Update. Er gilt ja so ein bisschen als Alternative, sollte Doué oder Simmonds eben nicht kommen. Und hier gilt laut der Bild-Zeitung nun Atletico Madrid, aber als sehr klarer Favorit. Denn die wollen die Ausstiegs-Tausel bis zum Wochenende noch ziehen. 60 Millionen Euro beträgt in diesem Jahr. Und deswegen drückt Atletico ordentlich aufs Gaspedal. Das heißt auch für die Bayern, dass Olmo vielleicht hier dann sogar gar kein Thema mehr sein könnte, wenn man eben dann nochmal nach einer Offensivalternative suchen wird. Und damit waren das also die aktuellen Transfer-News des Tages aus der 1. und 2. Bundesliga. Schaut wie gesagt gerne noch parallel beim 2. Liga-Check vorbei. Da kommt jetzt jeden Tag mindestens eine Folge bis zum Saisonstart in guter Woche in der 2. Bundesliga. Und dann sehen wir uns auch hier im nächsten Transfer-Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020